Hallo Leute, willkommen zu einer kurzen Ausgabe. Heute mit ein paar Gedanken zum Thema 1. Mai. Wir alle wissen ja, 1. Mai, Tag der Arbeit, das ist der Tag der Paraden, Arbeiterbewegung, Geschichte und so weiter. Viele von uns haben vielleicht eine Vergangenheit auch in der DDR gehabt und kennen diesen 1. Mai als den großen Tag der Paraden und so weiter. Aber heute möchte ich mal die Frage stellen, weil wir alle auch den Feiertag genießen so, wo kommt es eigentlich her mit dem 1. Mai? Was ist das eigentlich? Und das ist doch eine interessante Geschichte rund um den 1. Mai. Angefangen hat es als Tag der Arbeit, geht es zurück auf ein Ereignis, was im 19. Jahrhundert in den USA stattgefunden hat. Es ist die Chicago Haymarket Affair, wie man das nennt. Chicago 1886, da gab es große so in Amerika Arbeiterbewegungen und es ging vor allem um die Frage, wie viele Stunden am Tag hat man zu arbeiten. Und die Arbeiterbewegung damals in Amerika hat eben für diesen 8-Stunden-Tag gekämpft. So nach diesem Motto, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Ruhe und 8 Stunden Leben, Familie, Essen, Freizeit, was auch immer so. Eigentlich eine ganz nette Sache. Und im Zuge dessen kam es halt da zu Demonstrationen in Chicago. Chicago damals aufstrebende Arbeiterstadt. Richtig, richtig viele Arbeiter. Wir reden von mehreren 10.000 oder so. Große Stadt. Und da kam es so zu Arbeiterdemonstrationen und Streiks auch. Und diese Streiks sind auch eskaliert. Da hat dann der Staat tatsächlich die Armee eingesetzt. Zum Teil auch so private Armee. Die Pinkerton Agentur war da auch am Start. Also auch die Fabrikunternehmer haben ihren eigenen Werkschutz gehabt. Und da ging es ziemlich zur Sache. Da sind auch Leute ums Leben gekommen in diesen Arbeitskämpfen. Und als Reaktion auf diese Unterdrückung von den Streiks hat man dann am 4. Mai 1886, gab es eine große Demonstration in Chicago. Es waren eine ganze Reihe von Demonstrationen auf dem Chicago Haymarket. Da hat es seinen Namen. Und dort kam es dann zu einem Gewaltausbruch. Es ist eine Bombe geworfen worden. Damals noch so 19 bis 100 Bomben. So irgendeine Eigenkonstruktion. Und man weiß bis zum heutigen Tag nicht, wer eigentlich die Bombe geworfen hat. Aber was passiert ist, es ist die Bombe hat mehrere Leute getötet. Polizisten genauso wie Demonstranten. Und das hat sofort so eine Eskalation ausgelöst. Polizei hat das Feuer eröffnet und es kam zu einem Gewaltexzess. Mehrere Leute sind am Ende gestorben. Hier ein historisches Bild davon, was so ein bisschen so in einem Bild eine Abfolge von Ereignissen in einem Bild prägt. Im Hintergrund, man sieht die Bombe geht hoch. Man sieht auch schon, dass hier geschossen wird. Und hier links oben immer noch einer von den Anarchisten, der dort seine feurige Rede hält. Also im Grunde ist eins nach dem anderen passiert. Aber bildlich hat man sich alles zusammengepackt. Interessant übrigens dann im Nachgang wurden dann acht sogenannte Anarchisten verurteilt und wurden verantwortlich gemacht dafür. Zum Teil sogar Leute, die an dem Tag nicht da waren. Das ist auch ein ganz komischer Prozess gewesen, so ein Schauprozess. Nur wenige Jahre danach hat sich selbst der Gouverneur von Illinois dann entschuldigt und manche von denen wurden rehabilitiert. Aber acht waren angeklagt. Und ich glaube, vier oder fünf davon wurden auch dann das Todesurteil vollstreckt. Interessant auch, die meisten von den acht, ich glaube sechs oder sieben, waren Deutsche oder hatten auch so einen deutschen Hintergrund. Also deutsche Anarchisten-Szene, auch das hat da mit reingespielt. Na gut, aber stellt sich die Frage, wenn es dieses Hauptereignis war, was dann eben internationales Echo ausgelöst hat und dann internationale Arbeiterbewegungen und so weiter. Warum hat man sich dann auf den ersten Mai dann konzentriert? Weil das war ja, dieses Ereignis war am vierten Mai. Sollte eigentlich dann der vierte Mai der Gedenktag sein. Da müssen wir also noch weiter schauen. Wo kommt es mit dem ersten Mai her? Interessant ist übrigens, in Deutschland wurde der erste Mai als gesetzlicher Feiertag eingeführt von Adolf Hitler in der NS-Zeit. Tatsächlich sogar ganz am Anfang. Schon 1933, im selben Jahr, Ende Januar 1933, kommt Hitler an die Macht. Und schon der erste Mai 1933 ist ein Feiertag. Tag der Nationalen Arbeiter, wie auch immer es genannt wurde. Und seitdem ist es tatsächlich ein gesetzlich geschützter Feiertag. Auch interessant, dass das den Hitler eingeführt hat. Aber es ist immer noch die Frage, warum jetzt eigentlich der erste Mai? Warum nicht der vierte oder so? Und da kommen wir dann zu einem, und ich will jetzt nicht sagen, dass das genau der Grund ist, aber einfach mal nur so die Informationen weiterreichen. Der erste Mai ist auch der Gründungstag, fast ehrlich gesagt, der Geburtstag. Aber es ist kein Mensch, sondern es ist ein wichtiger Gründungstag. Und viele Leute sagen, dass das der eigentliche Grund ist, warum der erste Mai so ein großer Feiertag ist und so stellvertretend ist für diese ganze Arbeiterbewegung bis hin zu einer revolutionären Bewegung. Und um was es hier geht, ist am 1. Mai 1776, da wurde was gegründet. Wisst ihr schon was? 1776, denkt man so, war das nicht Amerika, Unabhängigkeitserklärung? Nein, darauf will ich nicht hinaus. Am 1. Mai 1776 wurde in Ingolstadt von Adam Weishaupt der Orden der bayerischen Illuminaten gegründet. Das ist kein Witz, am 1. Mai. Und viele Leute meinen, ah, Illuminaten, das ist jetzt alles irgendwo eh so Kram. Ach so, hier hatte ich noch ein Bild, Entschuldigung nochmal von diesen Chicago-Anarchisten, übrigens ganz schön gemacht, so im Jugendstil-Style. Aber zu den Illuminaten, viele sagen ja, naja, das sind alles Verschwörungstheorien, Illuminaten und so. Aber hey, ich meine, erst mal ist es Geschichte. Den bayerischen Illuminaten-Orden gab es, ist überhaupt keine Frage. Der wurde gegründet am 1. Mai 1776 von Adam Weishaupt in Ingolstadt. Und wo besteht da der Zusammenhang zu dieser ganzen Geschichte? Anarchie, Arbeiterbewegung und Revolution und so weiter. Nun ja, es ist der bayerische Illuminaten-Orden, hat es natürlich schon von Anfang an sich auf die Fahnen geschrieben, ein Umsturz der Ordnung. Das ist das Ziel von dem. Das ist auch der Grund, warum dieser bayerische Illuminaten-Orden verboten wurde. Sehr schnell sogar. 1776 gegründet. Ich glaube 1883 wurde schon im Kurfürstentum Bayern verboten. Und dann auch in weiteren deutschen Landen wurde es verboten. Warum? Weil die Obrigkeit, damals noch, waren das ja Fürsten, die hatten eben Sorge davon. Aus deren Sicht waren das, hey, das sind Revolutionäre. Das sind Umtreiber. Das sind, ich meine, man hat noch nicht das Wort Anarchist benutzt. Wir sind ja jetzt hier 18. Jahrhundert. Da gab es diese Begriffe noch nicht. Aber die Energie war schon dieselbe. Man hatte eben dort, in den Leuten hat man eben Umstürzler wahrgenommen und hat die identifiziert. Und tatsächlich ist das ja auch, bis heute wird das viel gesagt und da ist auch was dran, dass eben solche Gruppen wie die bayerischen Illuminaten Einfluss genommen haben auf revolutionäre Bewegungen. Wenig später war französische Revolution. Und da gibt es Verbindungen. Und das ist eben so ein ganz altes, so eine alte Connection zwischen eben Illuminaten. Und das ist jetzt nur ein Orden. Aber ich, ob der jetzt dann wirklich der mächtigste aller, von allen anderen geworden ist, das ist jetzt schwierig. Aber es ist halt beispielhafter. Und diese Orden waren eben revolutionär tätig. Das ist ihr Ding. Und das strahlt rein bis in die heutige Zeit. Interessant finde ich auch hier das Logo, habe ich hier als Bild genommen. Das ist das Logo von dem bayerischen Illuminatenorden. Und ich will jetzt alles nicht ins Detail runterbrechen, aber auf den ersten Blick fallen einem doch schon interessante Dinge auf. Die Eule. Die Eule natürlich als, das ist dieselbe Eule, die auf dem Dollarzeichen auch auftaucht, so ganz klein. Das ist, aber auch da, die Eule ist halt eigentlich ein starkes Symbol für Weisheit. Ich meine, sie kann Nacht sehen, im Dunkeln, wenn wir nichts sehen. Sie kann die Dunkelheit durchdringen. Die Eule kann ihren Kopf so rundherum bewegen, wie so ein Leuchtturm. Die kann in alle Richtungen schauen. Und deswegen ist natürlich die Eule schon immer auch ein Symbol gewesen für Weisheit, für den scharfen Blick, die Dinge zu verstehen. Und dann dazu das Buch. Auch ganz wichtig. Buchwissen. Das steht sozusagen im direkten Gegensatz zu Volkswissen oder sowas. So ein Buch. Weisheit. Illuminiert. Das ist so ein akademisches Umfeld. Auch ein theoretisches Umfeld. Das steht hier in dieser Symbolik drin. Ja, manche Leute sagen, dass das eigentlich der Grund ist, warum dieser erste Mai international ist. In ganz vielen Ländern so ein internationaler Feiertag ist. Und dass es nichts zu tun hat mit dem Chicago Hayward, mit der Hayward-Affäre, Haymarket-Affäre, die ja an einem vierten Mai war. Naja gut, aber wenn wir jetzt noch weiter gucken, dann gibt es noch viel ältere Traditionen, die den ersten Mai angehen. Vielleicht so als Reaktion auf die Walpurgisnacht, die eine Nacht vorher ist, ist der erste Mai in ganz vielen Regionen in Deutschland auch der Tag der Maifeier. Ich selber bin in Bayern aufgewachsen, in Oberbayern. Also genau da, wo dieses Bild auch gemacht wurde, in Oberbayern. Und das ist eine ganz, ganz alte Tradition. In Oberbayern ist es so, und es mag in anderen Regionen variieren. Diese Maibaum-Tradition, die ist ja nicht nur auf Bayern begrenzt. Die gibt es ganz viel. Aber ich kann nur sagen, wie es dort ist, wo ich herkomme, in Oberbayern. Dort wird in einem Dorf, alle fünf Jahre wird dieser Baum aufgestellt. Das ist so ein Riesenfest, wo der erste Mai nur der Höhepunkt ist. Sondern diese Maifeier, die fängt im Grunde schon im Jahr vorher an, wenn es darum geht, den Baum im Wald zu suchen, auszusuchen. Der wird dann nicht einfach irgendwie abgefälzt. Das ist dann schon so eine kleine Feierlichkeit, wenn er gefällt wird. Und dann wird er ins Dorf gebracht und wird bearbeitet und so weiter. Und um was es hier geht, bei diesen Maibauchtum, das ist immer die Jugend, die das macht. Die Jugend eines Dorfes. Die fällen den Baum, die bringen den ins Dorf und so weiter. Die kümmern sich um den. Und der Höhepunkt ist dann eben diese Maibaum-Aufstellung. Und dann der Tanz hier um den Maibaum. Und um was es hier eigentlich geht, jenseits von der Folklore. Das ist ein ganz altes Fruchtbarkeitsritual. Den Baum kannst du auch als einen Phallus sehen. Und dann die Jugend des Dorfes. Die neue Generation, deswegen macht man es alle fünf Jahre sozusagen, die muss zusammenkommen. Da müssen sich die Richtigen finden. Es geht um Fruchtbarkeit. Und das ist, was bei diesen Festen gemacht wird. Da wird miteinander getanzt. Ganz unverbindlich. Da kann sich die Jugend mal berühren, ohne gleich hier südliche Grenzen zu verletzen. Und tatsächlich auf so einer Maifeier, da wird der Genpool neu gemixt. So würde man es modern ausdrücken. Das ist, was da passiert. Da entstehen Ehen, da entstehen auch Affären und so weiter. Weil dort bricht sich die Natur ihrem Bann. Die Jugend ist zusammen, macht gemeinsam was. Und das sehen wir auch genau bei diesem Tanz hier, der auch was ganz alt ist. Ich habe genau solche Sachen. Wirklich fast eins zu eins. Natürlich mal ein anderes Setting. Da ist eine andere Musik, andere Trachten und so. Aber die Grundidee, das habe ich auch in Indien schon gesehen. Also das gibt es in vielen Ländern der Welt. Einen Pfahl, einen Stamm aufstellen und dann mit diesen Bändern da einen Flechtanz rummachen. Und diese Bänder sind immer zwei Farben. In dem Fall halt weiß-blau, Bayern. Aber was es ist, ist wie Yin-Yang. Das ist wie, was hier passiert, da wird genetisch was verflochten. Versteht ihr? Das ist, das ist, was hier passiert. Fruchtbarkeit, Sexualität. Das ist diese Mai-Energie. Das ist ein, ein uraltes Fest. Und das findet halt auch immer schon, schon ganz lange zum ersten Mai statt. Und ist aus meiner Sicht wahrscheinlich so die, die Kehrseite von dem, was in der Nacht vor ist. Walpurgisnacht. Aber was es dort geht, ist halt Mai, Mai auch im Sinne von, von die Götten, Maya, Fruchtbarkeit. Das, was wir auch in der Natur halt überall sehen, das ist, was sich da widerspiegelt. Und das ist vielleicht die, die ganz alte Verbindung von dem, was der Mai-Feiertag bedeutet. Und alle moderneren Entwicklungen sind da vielleicht nur drüber gestülpt. Deswegen, hey, lass uns sowas annehmen. Lass uns das freuen. Früher, als ich in Bayern aufgewachsen war, als Teenie fand ich das auch immer viel Folklore oder sowas. Aber man ist trotzdem hingegangen. Weil eben diese alten Mechanismen immer noch greifen. Das ist eine Feier, da wird getanzt und da kann man sich verlieben. Ja, das ist eine großartige Geschichte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen, egal wo ihr seid, genießt euren Feiertag, genießt den Mai-Tag. Und ja, vielleicht könnt ihr auch an solchen Traditionen mal teilhaben, euch das mal anschauen, da mal ein bisschen reinfühlen. Aber überhaupt einfach, das wünsche ich euch allen, diese Kraft des Mais, diese Kraft des Blühens und des Aufblühens und des Mai-Grün und so weiter, neues Leben, das ist, was ich euch allen wünsche. Egal, ob alt, wo man das hier, diesen ganzen Fruchtbarkeitskram schon hinter sich hat, oder jung, wo das alles vor einem liegt. Egal, euch allen wünsche ich einen angenehmen Mai. Tschüss. Herr, wünsche ich euch allen, du machen, Repeat. Vielen Dank.